Für mehr Lebensqualität, Villa Gaza in Spiez, euer Vermachter von Wonegerturm. Mein Name ist Markus Gerber. Ein modernes und altergerechtes Sexfamiliehaus mit 2,5- und 3,5-Zimmerwohnungen im Zentrum von Wattenwil. Ich als Möglichkeit der Dienstleistungsbetrieb und die Bushaltestelle mit einer Verbindung nach Thun sind zwischen 160 und 260 Meter entfernt. Ihr seid dann nicht auf ein Auto angewiesen und gebt euch eine ganz hohe Lebensqualität. Ihr habt Fragen oder Wünsche der Besichtigung für eure Lebensqualität? Die stehen mir sehr gerne zur Verfügung. Mein Name ist Markus Gerber. Auf Wiedersehen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020